Hi, wir spielen heute ein wundervolles Videospiel, nämlich Super Mario 64. Ihr kennt auch die 8 Roten Münzen Mission in Mario 64, die sind ja ganz simpel. Und zwar sammelt ihr einfach alle 8 Roten Münzen ein. Also zack, 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 oh what the fack, zack, bam, ganz easy, oder? Ja, hast du falsch gedacht. Denn tatsächlich gibt es in 4 dieser Welten einen kleinen grünen Dämonen. Der wird uns jetzt so lange verfolgen, bis wir den Stern und die 8 Roten Münzen eingesammelt haben. Also andersrum, die 8 Roten Münzen und der Stern. Der befindet sich genau hier. Oh, look. Komm, das ist doch easy, so schnell ist der gar nicht. Easy. Das ist nämlich verarschen. Okay, wie sagt man immer so schön, Hochmut kommt vor dem Fall. Übermut, zu zelten, gut, Timo halt die Schnau... Diesmal wird's. Das ist doch nicht so schwer. Es ist einfach fucking... Wow. Halt du... Ha, sieh, sieh ihr, ich hab die... Ich sollte mir die Worte von Danny Kloser echt zu Herzen nehmen. Was so ein richtiger Seemann ist, der kennt sein Gewässer in- und auswendig. Damit herzlich willkommen bei Ups, die Punk-Show. Okay. Ich, ich glaub... Ich glaub, alle guten Dinge sind drei. Das wird jetzt der... Du fucking Kä... Okay, wie sagt man so schön, vier Gewinns. Deswegen wird das jetzt der Easy Win für uns, ja. Okay, das wird... Das ist easy. Das ist gar nicht so schwer, wie alle sagen. Wo ist der? Oh, Leute, also... Oh, Alter, geh weg! Mario, was tust du da? Ich fasse meinen Controller nicht mal an! Okay, ich hab den Masterplan jetzt. Achtung! Hier, hier! So, ich versuch's vielleicht nochmal mit meinem Masterplan. Das wird was. Das... Dieser Plan wird nie wieder... Das wird es. Das wird es. Das wird... Das wird es. Schaut! 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 Schaut zu! Schau... Oh, boy! Ich bin... Oh, der ist er! Oh, 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 oh! Nein! 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 Bitte, 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 bitte! Nein! Okay, das hier. Der... Nein! Wow! Ich hab grad... Oh, Gott, ey! Was ist los mit mir? Ja, Mann, okay, das... Das wird ballern, sag ich euch. Das wird ballern. Und zwar hier! Okay. Ich... Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse das Spiel so sehr. Okay! Here we fucking go! Ja? Na! Wisst ihr, ich wette, 100 pro... Irgendeiner von euch denkt sich grad so... Timur, du bist so schlecht im Videospielen. Und dann sag ich so... Nein! Ich bin nicht schlecht im Videospielen, du Sp... Okay! Okay! Das ist easygoing. Ja? Mhm. Wo ist der... One-Up-Pilz hin? Nein! Ich bin... Okay, nächste Welt! Cool, cool Mountain! Warum geb ich nicht gleich auf? Okay, das wird jetzt echt mega schwer, denn die Welt ist sehr umfangre... Die Welt ist sehr umfangreich und da hat auch fucking viele Fallen. Ich glaub, hier war er, ne? Oh ja! Oh ja! Oh, was? Tui! Bitte. Nein! Mario, was? Alter! Wie? Wie? Nein! Oh mein... Fucking... Ja! Nein! Oh Mann! Okay, diesmal plane ich alles. Ich lauf direkt darüber. Mach dann den Backjump und dann geht's ab, sag ich euch. Dann geht's ab. Okay, easy Mario, easy, easy. Easy! Ich bleibe einfach stecken und sterbe. Finale und auch erfolgreichster Versuch. Und mit erfolgreichster meine ich natürlich, dass ich's diesmal schaffen werde, sag ich euch. Diesmal wird's derjenige sein. Ey, das Finale! Shifting Sandlands. Wie soll man das schaffen? Oh Gott! Oh Gott! Nein! Sehr gut, Mario. Genau das... Genau das... Oh no! Nein, du blöder... Du blöder... Das war nicht fair. Das war grad gegen jegliches Menschenrecht. Okay. Okay, er ist hier. Er ist hier. Er ist hier. Okay, ich würde sagen, wir fangen mit dem anderen an. Mal... Mal... Ich will... Ich will... Ey, will... 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 Was ist der... Eigentlich könnte ich schon aufgeben, weil ich weiß jetzt schon, dass ich das nie im Leben schaffen werde. Aber... Kommt, wenigstens eine Münze. Das ist... Okay, 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 okay. Das wird's jetzt. Das wird's jetzt. Ich sag's euch. Guck... Guckt euch die Moves an. Ey, das Movement ist on point. Okay, Leute, wir kommen zu den Top 5 Mario-Toden, die ganz schön grausam sind. Auf Platz 7, Leute, haben wir hier wie Mario im Treibsand versinkt. Leute, das ist ein ganz schön brutaler Tod. Ja, Leute, also da... Da kriegt er keine Luft mehr und durchs Ersticken, Leute, da... Da haben wir einen ganz schön schmerzhaften Tod, Leute. Da werden seine Därme kaputt gemacht und... Leute, ey, das will ich mal sich gar nicht vorstellen, Leute. Und Leute, wahrscheinlich bekommt er dann auch noch von dem Sand. Weiß nicht, Leute. Ey, das hier würde jetzt mein letzter Versuch und... Ohne Spaß, ich werd's jetzt rocken, ja. Ich werd jetzt diese Welt abschließen mit einem Stern. Ich hab's geschafft. Also ehrlich jetzt. Also wirklich. Ich verarsche euch nicht. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Vielen Dank.